steig mal aus hat das ein Inventar ja hat das alter guck dir mal hast du das Licht mal angeschaltet alter hat ein Inventar ne das hat ein Inventar ja ja hab ich gesehen boah ist das hell ich mein der Ding ist schon cool also dann geh damit jetzt bitte Gas sammeln ich baue das nächste was sag ich jetzt schnell das Ding ist schnell wenn du Shift drückst du kriegst nochmal einen Boost jetzt sieht das bei mir auch so aus als wenn ich da drin stehe so ich brauche Circuit Boards zwei und fünf Wires erstmal zwei Boards, fünf Kabel ach geht der nicht ich brauche Plastik ha ich kann erstmal nur das Kabel machen Alter wir brauchen einen zweiten Eingang ach ich hab noch Gummi mit verdammt oh jetzt ist da noch ein Koloss da drinnen Alter ich brauche ich brauche gleich mal perfekt um die Waffen zu testen ja aber dass ich dich nicht treffen das Ding hält nicht viel aus boah damit brauchst du dich nicht treffen lassen Alter der Koloss ist ja boah naja suche ich dann hin das ist ja Wahnsinn das ist ja Wahnsinn das ist ja Wahnsinn das ist ja Wahnsinn und fünf Kabel hab ich schon fünf Kabel hab ich schon fünf Kabel hast du schon Spaceship bauen wir dann ganz zum Schluss auf jeden Fall hat gleich erstmal jeder ein Fahrzeug von euch dass ihr schon mal rumziehen könnt so ich brauche jetzt zehn LED fünf Diamanten 20 Lithium 10 zehn LED fünf Diamanten um das zu spazieren ich hoffe wir haben noch ein LED ich hoffe wir haben noch ein LED Na da noch wow da kommt ne Schildkröte an wow da kommt ne Schildkröte an dem Rohr war eigentlich relativ simpel oh nein ungeeignet ungeeignet mhm also zum Gashorn oh ist das Ding ein Teil ein bisschen ungeeignet um das Loch zu kommen kommt so scheiß aus dem Loch wieder raus das Ding mhm okay ich vergesse wie viel Tarnium ich brauche nein also der Rover kommt über jede Klippe rüber egal welche Steigung ja aber der Hover nicht das Hover Bike der ist halt er ist halt langsam aber der Rover schafft ja das glaube ich oh also neunmal Plastik habe ich schon mal wieder hergestellt ne mhm 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 wiii naja Rover ist ja wieder da dann musst du halt den nehmen aaaalles gut ich kann nur die tauschen alles gut ich traue mich aber warum er Snipermunition herstellen kann wenn es keinen Snipergewehr gibt das habe ich mich auch gefahren aber sniper rifle magazin habe ich auch alle kann man ja hier nur herstellen besser ist das dort ich habe keine ahnung es kann sein es soll aber drin sein aber dann ist die frage wo baut man das das ist ja die frage fabrikator nein hat sie nur das datt weiß ja ob das datt die sniper weifel ist was anderes kannst du dann nachher nicht bauen was er halt die normale zwei zirkel ports machen wenn du meinst du hast genug plastik ja klassisch ist doch schon ist da sein ich bin doch mal gas wenn ich da muss jemand anders noch die zwei zirkel ports dann kann ich das ding bauen ja dann muss das meine machen der da ist das macht kris bestimmt aber schnell dann ist das nächste auch schon fertig diese nicht so perfekte tiere die haben noch nicht so viel mit ihr gemeinsam alles ist noch nicht so perfekt aber trotzdem ist in ordnung für dich das ist kann ich den graf bauen hat die noch keiner gemacht doch irgendjemand ist ja gerade dabei hört ja nie zu das ist glaube ich gerade dabei warum wir jetzt noch eine satelienstation neben der satelienstation ich mache das gerade jetzt immer zum bett david warum hast du leben ja kann es ja hier vorne ist auch ein bett drin habe ich liebte mir drin ja habe ich liebte gold wie viele zwei stück braucht es oder zwei sind im inventar dann kannst du daraus nehmen warum oder nix Den Meck kann man noch nicht bauen, was ist denn da drückt? Jaaa! Dann wollen sie ganz schnell mal neue Rezepte reinbringen hier, aber zackig. Oh, der sieht cool aus, ein Strandballer. Echt? Boah, kein Mensch. So, Kupfer haben wir. André, halt nicht so weit weg, vielleicht kann man damit einsteigen. Oh, der ist geil. Oh, stopp. Oh, ne, aber es gibt kein Fahrzeug, womit man zu zweit irgendwie fahren könnte, ne? Der geht ab, der ist schnell. Kann er auch schießen? Ja, und schießen kann. Da hat er eine Kanone oben drauf, ne? Deswegen dachte ich ja, dass man vielleicht zu zweit fahren kann, weil es so einer fährt und einer schießt. Toll. Toll. Und ich krieg so ne alte Müllkutsche da, weißt du? Ja, hier Olli, kannst du den nähen. Und will David bestimmt für seine Höhlentour haben, siehst du? Wuhu. 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 Wuhu, alter. Gibt's nicht. Der ist cool. Der ist geil. Alter, der ist geil, das stimmt. Alles gut. Das ist der coolste Vehikel bisher. Wir haben das Rover-Bike gebaut, das GARF gebaut, den Rover gebaut, den Mac können wir noch nicht bauen. Das ist nur noch das Spaceship. Was brauchen wir dafür? Also, wir brauchen 10 Circuit Boards. 5 Stil, 5 Glas, 10 Kabel, 10 Plutonium, 20 Titanium, 10 Magnesium und 80 Aluminium. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Plastik. Olli, jetzt gehst du mal Gas und ich hab da jetzt keine Lust mehr drauf. Ja. Ihr habt doch jetzt Fahrzeuge, jetzt stellt euch doch mal nicht so an. Wollte ich grad sagen. Wir haben es jetzt die ganze Zeit gemacht. Wo sind die Container? Innen drinne. Fünf Stil braucht der nur. Fünf Stil, fünf Glas mach ich jetzt öffnen. Wir schwirren auf jeden Fall. Aber noch Glas oder ist alles leer? Ich hab gerade Glas gemacht. Ist er noch im Inventar von dem Ding? Wo ist das? Wir müssen es auf jeden Fall fahren. Wo ist das nicht? ist das glas das ist eine von den schrecken ist man bauen wir die schmiede und die kisten direkt neben dem habitat ja hat er gedacht einer baut man zweites habitat anschließend für die fahrzeuge verwendet werden okay ich brauche keine fahrzeuge ist doch in ordnung aber dann war das haben wir schon mal hier ist klar ist wie viel braucht ihr jetzt fünf klassen dann brauchst du jetzt zu sagen einer wurde zweites habitat bauen jetzt alles andere erstmal für die fahrzeuge verwendet wird ja es dann muss ja eh einer diesen luftdoktor bauen ja diese diese dock vorrichtung anderen vorricht für selbe meister ja dafür brauchen wir noch aluminium und das aluminium passiert jetzt auch so entfallen ich brauche noch fünf weihers zehn circuit boards fünf weihers ja ollie ist immer aufgefallen wie der charakter in dem großen fahrzeug was er vorhin benutzt da drin steckt die füße gucken an der seite raus dass es aber drin liegt ja oh ne kannst du mal mit dem rover zum krater ich glaube du musst mich mal eben wieder um was wir nur noch die fünf weihers und zehn zirkel boards ja die fünf weihers habe ich habe ich direkt fertig und dann für nur noch die zehn zirkel boards und dann sind wir durch gold ja dafür brauchen wir plastik ja brauchen wir noch ein bisschen plastik ja für die zirkel boards ne aber hast du die weihers fertig ja die sind da drinne im inventar das wären nur noch die zehn boards dann haben wir es jetzt gucken wir mal hier nach der seite habe ich wieder auf das falsche geguckt zehn boards brauche ich auf jeden fall das weiß ich der chip aber ich sehe es ja links da brauche ich nicht extra drehen ja linke seite zehn boards fehlen noch nur noch die zehn boards ja ich habe meine augen überall überall da ist der koppler ich weiß nicht ob wir überhaupt ein habitat daran anschließen können ans hellway ja wieso solltest du nicht wenn du dein habitat vom habitat aus hellway weg machen kannst ja sehen wir ja dann weil das habitat ja schon so eine andock schleuse hat einer ja die satzschlüssel sollte eigentlich nach mineralien gegnern und oder noch gegnerischen spielern suchen aber irgendwie funktioniert das also nichts ich frage doch alles keine funktion anscheinend ich glaube wir müssen dann die wahrscheinlich wieder die solarpelle niederreißen und ich glaube das könnte gerade ich glaube das könnte gerade noch zu reichen ich glaube das könnte gerade noch zu reichen das könnte hier gerade noch zu reichen könnten wir nur lagerräumen über lagerraum draus machen ja dann ist das ansatz wir können aber noch dann links weg geht dann zum beispiel können wir auch klar da sind ja auch doppelwände hier ja beide seiten rum und unten jeweils aber das geht nur das ja relativ günstig ja aber dann brauchen wir ja schon mal wieder glas und alles bis nächstes habitat wir sagen das letzte ist schief dann haben wir alle fahrzeuge gebaut heute ja aber wenn er dann wirklich überall aber wenn er dann überall überall reinpasst dann brauche ich jeder ein schiff da nachher oder zum beispiel das ist dann ja nachher auch ich weiß nicht finde ich dann sehr sehr ja das finde ich wäre auch nicht gut ich meine das ist ja ok also dieser spielbegleiter ist ja noch ein das finde ich auch ok finden aber zum beispiel der garf dass da nur einer reinpasst da könnten mindestens zwei reinpassen allein schon wegen der kanone dass da einer die kanone bedient zum beispiel bei dem warver da sollten normalerweise mindestens keine ahnung sechs leute reinpassen oder so also im warver können auf jeden fall ein paar mehr reinpassen das ist schon nicht doof nein ich brauche gleich Alu ja bei der riesenschüssel sollten mindestens sechs leute reinpassen ja sechs leute in den garf wenigstens zwei ja und das spaceship sollten dann wenigstens schon raumschlüsse wenigstens zehn leute reinpassen das ist vom material her nicht so teuer dass man da nicht zwei von machen könnte wenn man eine größere gruppe hätte wollte ich gerade sagen also wenn das ding auf dem dach liegt dann kriegst du die option zum flippen aber das recht mit dem multi tool oder ja ne ne das nochmal vom fahrzeug achso wie fährt sich das ding im gelände gut irgendwie immer bogenkontakt ne du musst halt ein bisschen aufpassen wenn du über so eine über so einen abgrund fährst ja aber ansonsten geht der gut ab die die auch keine geräusche machen die fahrzeuge ne jetzt habe ich auch nicht geguckt wie groß das inventar von dem war das sind alle gleich groß alle alle vom drohnen in der tau ja hab heute schon gesagt so aluminium steel glas ach doch speedy hat es gesagt da haben wir noch glas auch noch glas dafür ist das wahrscheinlich ähm wie heißt's äh gewichtsunabhängig was hast du jetzt meine fünf circuit boards gemacht nein ich habe immer noch gar nicht genug plastik hat er heute nicht gerade welches gebracht wenn dann gas und wenn dann hat er noch kein plastik draus gemacht ich hab äh jede menge gas geholt ja ja dann kann er daraus sogar plastik machen das carbon schnappt lebst bist du